Suchst du eine Gauna, ja, da brauchst du nur Schau, wer den größten Traktor hat, doch, ja, die größten, größten Traktor, ja, haben alle Gauna von meinem Geld bezahlt, doch, ja. Jeder zweite Traktor, ja, was in der Gegend fährt, ja, wurde von meinem Geld bezahlt, doch, ja, das bin ich ganz sicher, ja, jeder zweite neue Traktor, ja, wird von meinem Geld bezahlt, doch, ja, sonst hätte er keinen neuen Traktor, ja, hätte er einen alten Traktor, ja. Ja, da sieht man die Gauna, ja, wo sie gut investierten, ja, sie kaufen sich, ja, einen Traktor, ja, und Felder, und auch noch so, und noch was, was weiter, ja. Jeder lebt von meinem, meinem Geld, und er fragt sich, jo, 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 ist die Welt zu billig, ja, dann hör ich zu den Gauna, ja.